Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich Ihnen die Lagerverwaltung von JTL-Wawi vor. Die Lagereinstellungen finden Sie unter Einstellungen, Lagerverwalten, Lagerverwaltung. Mit der Installation wurde bereits ein sogenanntes Standardlager angelegt. In diesem Lager werden alle Ihre Produktbestände gebucht. Da JTL-Wawi mehrlagerfähig ist, können Sie beliebig viele Lager anlegen und mit Bestand buchen. Wir unterscheiden hier drei verschiedene Lagertypen. Vom ersten Lagertyp, Standard, können Sie beliebig viele anlegen. Ein Beispiel für ein weiteres Standardlager ist in unserem Fall ein Ladenlokal. An Online-Plattformen wie eBay, Amazon oder dem Webshop wird immer der verfügbare Produktbestand übertragen. Mit der Option für verfügbaren Produktbestand sperren, sorgen Sie dafür, dass der gesamte im entsprechenden Lager gebuchte Bestand nicht online verkauft wird. Es könnte sich hierbei um ein Retourenlager oder wie in diesem Beispiel ein Ladenlokal handeln. Jedes Lager in JTL-Wawi benötigt eine Anschrift. Die Anschrift dient als Lieferanschrift für eventuelle, aus JTL-Wawi erzeugte Lieferantenbestellungen. Im Reiter Artikel werden alle Produkte, die in diesem Lager eingebucht werden, angezeigt. Da es sich hierbei um ein neues Lager handelt, ist es natürlich noch leer. Um das Lager anzulegen, klicken Sie auf Speichern. Der nächste Lagertyp in JTL-Wawi ist das sogenannte Fulfillment-Lager. Auch so ein Lager können Sie mit Klick auf Hinzufügen anlegen. Fulfillment, eine Form des Streckengeschäfts, bedeutet, dass Sie einen Teil Ihres Lagers oder gar das ganze Lager outsourcen. Sie lagern Ihre Produkte bei einem Dienstleister ein und beauftragen diesen mit dem Versand an den Endkunden, sobald ein Verkauf stattgefunden hat. JTL-Wawi unterstützt Sie bei diesem Fulfillment-Prozess. Sie müssen nur noch einstellen, wie der Fulfillment-Dienstleister informiert werden soll. Sofern Sie bei Versand-Lieferschein und Versand-Fulfillment-Auftrag jeweils einen Haken bei E-Mail eintragen, erhält Ihr Fulfillment-Dienstleister eine E-Mail mit entsprechenden Anhängen. Auch das Fulfillment-Lager benötigt einen eindeutigen Namen, einen Kürzel und eine Anschrift. Auch hier wird das Lager mit einem Klick auf Speichern angelegt, sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben. Der letzte Lagertyp in JTL-Wawi ist das sogenannte WMS-Lager. Dieses Lager kann nur zusammen mit der Software JTL-WMS betrieben werden. Vorweggesagt bietet Ihnen ein WMS-Lager die Möglichkeit, ein Lager zusätzlich in Lagerplätze zu unterteilen und Produkte explizit auf diese Lagerplätze zu buchen. JTL-WMS weiß damit genau, auf welchem Lagerplatz sich welche Artikel befinden. Näheres zum WMS-Lager erklären wir Ihnen im Videotutorial für das JTL-WMS-Warenlager. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.